Fein, bin ja mal gespannt, was du davon hältst. Naja, ich gehe mal davon aus, dass der Schreibtisch so ist wie der meiner Firma. Vom Grundlegenden. Nur dadurch, dass ich eine normale Holzplatte habe, also optisch, ist er was für Schaden. Ja, ich gehe mal davon aus, dass der Schaden ist, dass der Schaden ist. Habe ich schon mal gesagt, dass ich Mensch mit Waffe hasse hier in dem Spiel? Hallo? Hauptsache ich werde da voll von die Ecke gepittelt. Das Ding zählt nicht als Wand hinter mir. Ja, ich häng wieder fest. Ich häng wieder fest, man kann nichts machen. Geht nur das auf den Sack. Oh, komm schon. Also ich will nichts sagen, aber dieser Fisch ist keine gute Waffe. Keine gute Waffe. Und weg mit hier. So. So. Das war's für heute. Mann, ey. Hat der Fisch einen Kanonenrohr im Maul? Nee, hat er nicht. Hat er nicht. Order. Order. Das war Lebensenergie mit Beefcoats. Vollballern. Bye, bye. Schauen wir mal, ob unsere Realized jetzt voll ist. Yes. Daumen drücken, dass wir den jetzt auf 90 bekommen. Aber wir sollten... Vielleicht? Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, wir haben nichts, was kurz vorher... Das war's für heute. Den kriegen wir nicht voll, weil das das Dreieck ist. Den auch nicht. Das kriegen wir voll. Und damit sind wir über 90. Yes. Den auch. Was? Okay, ich hätte jetzt gedacht, dass das voll geht. Sehr gut. Äh, nee. Im Besten. Er ist der letzte Billionaire. Wenn wir ihn verfehlen, können wir Kameruccio zurückbekommen. Ja. Der Media Kings Turf ist die Shishifuku-Parkinglot. Speichern. Speichern. Wir müssen eigentlich nicht zur Apotheke gehen. Wir haben noch sehr, sehr viele Lebensdinger. Wenn ich mal dran denke, was war eine Koryphäe. Ich im PvP war alles weg. Zeit, ne? Dass da wachsen werden und arbeiten gehen. Das macht einen alles kaputt. Schishifuku-Parkinglot. Alles Schall und Rauch. Jetzt. Jetzt. Weißt du, Wölkchen, die hatten Angst vor dir. Du warst halt wie eine Gewitterwolke, die auf die zukam. Parkinglot. Äh. 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 Dann müssen wir die Shishifuku-Sküzyn wieder zurückgehen, ne? Äh. 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 Hmm. Eigentlich erkennt man den ja gut, ne? Den Typen. Ah, da ist der Parking-Blood. Da, wo wir auch den Trainer normalerweise treffen, oder? Yes. Ach ja, ich sagte, du bleibst aus dem Weg. Lass mich denken. Ich glaube, ich nehme dich einfach nicht ernst. Immer diese unfaire Kämpfe, ne? Wir müssen alleine antreten. Well, you can try at least. Uh, do you know why I hate fighting? Because it's utterly boring. Klar. Klar, ja ja. Das sind auch keine Waffen, ne? Ja ich glaube, ich glaube, ich weiß, was da. Oh-oh. 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 Well, das ist ja schon. Oh-oh. 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 Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Oh, Kiryu hat keine gute Kampfmöglichkeit wie viele Gegner. Oh Mann, oh Mann! Oh Mann, oh Mann, oh Mann! Das war's für heute. So. Äh. Hä? Achso, weil der Baseballschläger kaputt ist, ne? Ja. So. 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 Oh Mann, ich hasse es. Way too many enemies. Let's go. Let's go. Ich würde komplett zielten bei dem Kampfsystem. Ja, das Kampfsystem ist halt, keine Ahnung, ob es da einen faire Mechanismus gibt, aber irgendwie nicht richtig. Ja, das Kampfsystem ist halt, keine Ahnung. Hauptsache, der kann sich in seinen Schatten da verpuzzeln. Der Mediaking hat so viele Lebensleisten. Der Mediaking hat so viele Lebensleisten. Die Möglichkeit der Hand zu verhaltene die Bühne, die heben von ihnen. Die Kuhne! Das war's für heute. Das war's für heute. Oh. 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 Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Oh, yeah. Das war's für heute. Das sind halt zu viele. Das ist halt einfach bescheuert. Da gehst du mit einer Schrotflinte rein oder sowas. Und diese Fähigkeiten einzusetzen ist auch nicht immer zielführend. Faktisch. Lass das. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Zum Beispiel jetzt. Ich hätte diesen Defekt dann angesetzt. Aber... Moment. Was hab ich denn da? Das war's für heute. 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 Das ist die Verteidigung. Du musst immer ausweichen. Das kannst du komplett vermuten. Da habe ich viel zu spät angefangen A zu drücken. Dark Souls Moment, Rush wird aber bei Kirio als bestes Stands geratet. Ja, weil du, wenn du es kannst, bestimmt viel viel besser bist. Aber das ist halt wie Parry oder sowas. Du musst es halt können. Das ist halt das Problem. Und ich habe halt auch noch nicht viel freigeschaltet für dich. Das hat das Problem. Da ich mich noch keine richtige Sekunde auf ihn konzentriert habe. Ach komm, lass das. Was? Ach man. Blub, 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 blub. Ich hätte einfach eine Schrotfunde kaufen wollen. Ich hätte einfach Schrotfunde kaufen wollen. Im Das ist ja real! In den letzten August zu schrotzen. Schrotzen! Schrotzen! Stimmt! Ach. 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 Das ist ja. Ich bin schon. Das ist der Fall. O Eh. Das ist ja, wir schauen. Na, wer kommt denn da? Oh, Freunde, ich bin sofort für euch da. Ich muss mich kurz darüber auspaxen, was hier los ist. Moin, wie geht's dir, Arachno? Hallöchen, moin Iris, moin. Hallöchen, Spin Break. Ja, hoffentlich nicht. Nicht wirklich. Geht mir das auf den Sack. Willkommen zu Wir kämpfen mit einem Kampfsystem, mit dem ich nicht ganz klar komme, in einem Spiel, was total funky ist. In einem total unfairen Kampf. Ne, ich muss hier auf jeden Fall, Moment, das nehmen. Warum? Warum lasst du mich hier einfach? Aber, was habt ihr vorhin jetzt gemacht? Arachno, was gab's bei dir? Was ist das? Was? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Ich wünsche mir eine Schrotflinte. Ich wünsche mir einfach eine Schrotflinte. Kingdom Hearts 1, FM Speedrun. Der gescheitert ist bei den letzten Bossen. Äh, was heißt FM? Kingdom Hearts, Dingsda. Mit Gesangseinlage, Final Mix. Okay, und wieso gescheitert? Also, gescheitert im Sinne von, du bist gestorben und hast ganz viel Zeit verloren. Ganz viel Zeit und die Lust. Okay, das ist nicht gut. Das ist einfach Bullshit. Dieser Kampf ist einfach nur Bullshit. Mit einer Schrotflinte. Einfach einfach kurz einen Prozess mit einem machen. Ja. Das war's für heute. Es ist zum Koksen, ne? Ich hätte einen rumwirbeln können, ne? Aber nein, es ist ja... Es ist ja nicht möglich, einen anständig zu greifen hier. Scheiße, Mann. Wie viel ist denn übrig? Ich bin locker von zwölf Minuten im grünen auf zwei Minuten im roten gerutscht, weil zu häufig gestorben ist. Scheiße. Aber das ist bei Kingdom Hearts auch nicht schwer. Das passiert relativ einfach. Oh. 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 Das war's für heute. Ah, leck mich doch am Öppel. Ich hab auch keine Ahnung. Ne. Ich, hä? Moment. Warum klappt denn das bei denen nicht? Was ist das? Das klappt bei denen nicht. Das Ausweichen. Und ich hab diesen Kampfstil halt einfach nicht aufgebessert. Das ist halt... Das kannst du doch einfach in der Tonne rauchen. Oh, okay. Was ist das? Einfach abknallen. Ich wünsche dir aber hier eine gute Nacht an den Träumen. Alles klar, Iris. Vielen Dank fürs Reinbraken. Und ich wünsche dir ein wunderschönes Wochenende. Ich bin einfach zu schlecht dafür. Der ist sowas von krass. Ich bin einfach zufrieden. Der hat noch zweieinhalb Lebensleiste. Der hat noch zweieinhalb Lebensleiste. Die anderen habe ich ja noch irgendwie Gesicht bekommen, aber ihn nicht. Das ist einfach. Forget it. Das ist einfach.